Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Rizzo. Ich habe mir gerade mal einen Kaffee gezogen und da kommen wir die Idee, was haltet ihr davon, wenn wir hier so einen kleinen Rizzo-How-To-Channel machen? In dem Falle würde ich euch ganz einfach die Tipps, die in den Kochvideos schon erwähnt werden, ganz einfach nochmal zusammengefasst und ganz kurz in einem kleinen Format halt euch gezeigt werden. Genau, da würde ich heute ganz einfach schon mal anfangen mit dem ersten und dann bekommt ihr natürlich immer wieder diese How-To-Videos zum Anschauen, vielleicht auf dem Weg zur Arbeit oder die Azubis, wenn sie gerade auf dem Weg zur Ausbildungsstätte sind, können sie natürlich dann auch vielleicht in der Pause oder wie auch immer dann einmal glänzen mit den paar Sachen, die sie vielleicht gerade bei mir geschaut haben. Okay, ich freue mich, haut rein, macht's gut und bis bald, ciao, euer Rizzo.